Liebes Publikum, ich begrüße Sie aus der Philharmonie Essen. Am liebsten sehen wir unseren Schönsaal mit Menschen gefüllt, aber auch wenn das momentan nicht möglich ist, können wir ihn immer noch mit Musik führen. Es spielen heute für Sie, ganz im Sinne der Gleichberechtigung, ein Konzertmeister und eine Konzertmeisterin, die Musik eines Komponisten und einer Komponistin, Sergej Prokofiev aus dem 20. Jahrhundert und Maddalena Sirmen aus dem 18. Jahrhundert. Beide haben in ganz anderen Epochen Sonaten für zwei Violinen geschrieben, die trotz der völlig unterschiedlichen Stilistik auch beide in C-Dur geschrieben sind. Meine Damen und Herren, ein Internetvideo kann ein Live-Konzert nur bedingt ersetzen. Bleiben Sie uns gewogen und wir freuen uns, Sie bald wieder hier bei uns zu sehen. Und jetzt viel Spaß bei der Musik. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018